Herzlich Willkommen zu dieser geführten Meditation. Mein Name ist Nina Beste und es freut mich, dass Du hier bist. Heute nehmen wir uns Zeit, um Deine Schilddrüse zu heilen. Diese Meditation wird Dir helfen, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene Heilung zu erfahren. Diese Meditation ist ein Teil meiner Körperheilung im Schlaf Meditationsserie. Weitere Meditationen aus dieser Serie findest Du auf meinem Kanal und in meiner App. Auch die Affirmationen am Ende dieser Meditation findest Du in meiner App. Du kannst sie so zu jeder Zeit anhören, um sie auf Dich wirken zu lassen und Deine Selbstheilungskräfte immer wieder zu stärken. Bitte lege Dich bequem hin und schließe Deine Augen, sobald Du soweit bist. Nun atme tief ein und aus. Und während Du Dich auf Deine Atmung konzentrierst, lass alle Sorgen und Gedanken des Tages für diesen Moment los und finde Ruhe im Hier und Jetzt. Die Schilddrüse ist ein kleines Organ in Deinem Hals, welches der Form eines Schmetterlings ähnelt. Die Schilddrüse spielt eine entscheidende Rolle in Deinem Körper, indem sie Hormone produziert, die den Stoffwechsel und viele andere wichtige Funktionen regulieren. Körperliche Gründe für Schilddrüsenprobleme können unausgewogene Ernährung, Umweltfaktoren, genetische Veranlagung und Autoimmunerkrankungen sein. Emotionale und seelische Aspekte, die mit Schilddrüsenproblemen in Verbindung stehen können, sind unter anderem unterdrückte Gefühle, mangelnde Selbstausdruckskraft und ein Ungleichgewicht in Deinem inneren Frieden. Die Schilddrüse ist auch spirituell bedeutend. Sie ist eng mit dem Halschakra verbunden, dem Energiezentrum Deines Körpers, das für Kommunikation und Ausdruck steht. Wenn Dein Halschakra blockiert oder unausgeglichen ist, kann dies zu Schilddrüsenproblemen führen. Eine Unterfunktion oder eine Überfunktion der Schilddrüse kann den Körper stark beeinflussen. Bei einer Unterfunktion produziert die Schilddrüse nicht genug Hormone. Dies kann zu Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, trockener Haut und Depression führen. Auf seelischer Ebene kann eine Unterfunktion bedeuten, dass Du Schwierigkeiten hast, Deine Bedürfnisse auszudrücken. Dies kann auf Erfahrungen aus der Kindheit zurückzuführen sein, wenn Du gelernt hast, Deine Wünsche zu unterdrücken, um Konflikte zu vermeiden. Nun kann es sein, dass Du auf Deinem Weg einfach nicht ganz in die Gänge kommen kannst. Bei der Überfunktion produziert die Schilddrüse zu viele Hormone, was zu Symptomen wie Nervosität, Gewichtsverlust, Herzklopfen und Schlafproblemen führen kann. Auf seelischer Ebene kann eine Überfunktion bedeuten, dass Du Dich in das Leben anderer einmischst, aber vernachlässigst, für Dich selbst zu sorgen. Dies könnte auf Erfahrungen in Deiner Kindheit zurückgehen, wenn Du zu stark kontrolliert oder eingeschränkt wurdest. Du könntest Schwierigkeiten haben, alten Groll, Ärger, Verbitterung und Unvergebenes loszulassen. Infolgedessen erwartest Du möglicherweise zu viel von Dir selbst und fühlst Dich schnell ausgeschlossen. Jetzt, da Du Dich entspannter fühlst, richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Hals. Stelle Dir vor, wie ein sanftes, blau-goldenes Licht in dieses Gebiet fließt. Lass dieses Licht jegliche Blockaden lösen und Deinem Halschakra die Energie geben, die es benötigt. Wenn Du magst, so kannst Du auch eine Hand auf Deine Schilddrüse legen und fühlen, wie die Energie in Deinem Halschakra fließt. Mache es so, wie es für Dich angenehm ist. Du kannst die Hand auch zu jeder Zeit wieder ablegen. Du kannst die Hande schädigen, wie es für Dich angenehm ist. Untertitelung. BR 2018 Atme weiterhin tiefe ein und aus und überlege dir nun mal, ob etwas von dem, was ich dir zu Beginn der Meditation über die Schilddrüse erzählt habe, auf dich zutreffen könnte. Gibt es etwas aus deiner Kindheit, was du noch verarbeiten und loslassen kannst? Ist es eventuell ein Verhalten, was du gelernt hast, oder eine Eigenschaft, Glaubenssätze oder Ähnliches, was du nun loslassen kannst? Oder ist es vielleicht eine Situation, Emotionen oder Energien, die dir nicht mehr dienlich sind oder die zu lange mit dir verweilt haben und dir es endgültig weiterziehen dürfen? Vielleicht erscheinen diese Dinge dir jetzt als Bilder oder Erinnerungen jeglicher Art oder auch Gefühle. Was auch immer nun ins Licht tritt, lass es von dem blau-goldenen Licht liebevoll umarmt werden und dann mit deiner Ausatmung von dir ziehen. Du kannst visualisieren, wie es von dir fließt, mit dem Licht oder auch in einer anderen Art der Energie. Du kannst es aber auch einfach spüren. So wie es jetzt für dich geschieht, ist es genau richtig in diesem Moment. Nimm dir diese Zeit für deine Befreiung, deine Heilung. So wie es jetzt für dich geschieht, ist es genau richtig in diesem Moment. Sehr schön. Nun fokussieren wir uns auf die Schilddrüse selbst. Atme tief ein und stelle dir vor, wie du beim Ausatmen jegliche Schilddrüsenbeschwerden und Blockaden loslässt. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Visualisiere Deine Schilddrüse als ein strahlendes, gesundes Organ. Sie pulsiert im Einklang mit Deinem Herzschlag und strahlt ein warmes, beruhigendes Licht aus. Schicke diesem Licht nun Liebe und dann lass es sich über Deinen gesamten Körper ausbreiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Deine Schilddrüse und dein Halschakra sind im Gleichgewicht und strahlen in voller Vitalität. Wenn du magst, dann stelle dir vor, wie sich deine Schilddrüse nun in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt und leicht und frei sanft seine Flügel bewegt. Stell dir vor, wie dieser Schmetterling dich in deinem Alltag begleitet und dir positive Energie schenkt. Siehe, wie du die Dinge tust, die du dir wünschst und bemerke, wie gesund du dabei bist. Du hast dein ideales Gewicht, du bist voller Vitalität und Lebensfreude. Du kannst dich selbstbewusst ausdrücken und deinen Weg voller Vertrauen gehen. Genieße diese Wohltmunde-Visualisierung noch für einen Moment. Die Schilddrüge Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist nun am Ende dieser Meditation angekommen und hast deine Schilddrüse und dein Halschakra energetisch geheilt. Du darfst die Heilung des täglichen Lebens in deinem Schlaf fortsetzen. Während du einschläfst, wird die Energie in dir weiterfließen und deine Schilddrüse mit mehr und mehr Gesundheit füllen. Vertraue diesem Prozess. Spüre die Ruhe und Ausgeglichenheit in dir. Und nun lausche, wenn du magst, noch den positiven Affirmationen. Diese wirken auch im Schlaf noch auf dich und unterstützen die Gesundheit deiner Schilddrüse. Gute Nacht, liebe Seele. Deine Schilddrüse und dein Halschakra sind im Einklang mit deinem wahren Selbst. Schlaf gut. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso, wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso, wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso, wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das sich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso, wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Schilddrüse sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das sich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das sich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Meine Schilddrüse ist gesund und funktioniert optimal. Ich liebe und akzeptiere meinen Körper genauso, wie er ist. Mein Halschakra ist offen und ausgewogen. Ich kommuniziere klar und selbstbewusst. Ich vertraue meinem inneren Ausdruck. Ich gebe meiner Seele Raum, sich auszudrücken. Ich spreche meine Wünsche und Bedürfnisse aus. Mein Halschakra strahlt in einem wunderschönen blauen Licht. Ich höre auf die Weisheit meiner Schilddrüse. Meine Schilddrüse ist in Harmonie mit meinem gesamten Körper. Ich bin gesund. Ich bin in Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich habe mir selbst und anderen vergeben. Ich habe losgelassen. Ich bin voller Dankbarkeit für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Ich strahle Selbstvertrauen und Selbstliebe aus. Ich vertraue meiner Intuition und meinem inneren Wissen. Ich bin in der Lage, meine Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Mein Halschakra ist frei, gesund und im Einklang mit allen anderen Chakren. Ich bin im Einklang mit meinem wahren Selbst. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich selbst zu sein. Ich atme tief und leicht. Mein Körper ist ein Tempel der Gesundheit und Vitalität. Ich ehre und respektiere meine Bedürfnisse. Ich bin ein kreatives Wesen, das ich frei ausdrücken kann. Ich manifestiere Harmonie und Gesundheit in meinem Leben. Ich bin in der Lage, meine eigenen Grenzen zu setzen und zu wahren. Ich habe Vertrauen in die Heilkraft meines Körpers. Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich immer über all die wunderbaren Dinge, die das Universum mir schenkt. Mein Halschakra und meine Schilddrüse sind im Einklang mit meiner spirituellen Reise. Meine Chakren sind gesund. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020